in diesem video sehen wir uns an wie man korrelationen auch im power bi darstellt und umsetzt wenn euch dieses video gefällt freue ich mich natürlich sehr wenn ihr auch meinen kanal abonniert und jetzt ganz viel spaß mit diesem video wie eingangs erwähnt möchte ich nun in power bi eine korrelation grafisch darstellen dazu sehen wir uns im ersten schritt die der zugrunde liegenden daten an ich habe dazu eine excel datei mit entsprechenden daten nach jahren ich habe hier betriebskosten elektrischer stroben naturgas gasöl es soll nur exemplarisch sein diese zusammenhänge hier machen vermutlich wenig sinn aber damit ich das beispiel sozusagen darstellen kann als nächstes benötigt man in power bi ein entsprechendes visual mit dem man diese korrelation darstellen kann standardmäßig ist so eines nicht verfügbar in power bi deshalb benötigt es einen import aus dem app store von microsoft welches gratis verfügbar ist und zwar das visual correlation plot und zwar wenn man einfach correlation ein gibt gibt es dieses visual dieses einfach hinzufügen es ist zu beachten dass dieses visual dass das statistikprogramm studio benötigt also dieses davor einfach installieren damit dieses visual dann einwandfrei funktioniert die installation zu a statistics findet ihr im internet es ist eine installation weniger als zehn minuten und ihr müsst das power bi desktop anschließend neu starten nachdem die installation der a statistics und dem visual erfolgt ist habe ich nun die daten entsprechend auch bereits importiert aus der excel datei die sie sehen so aus sind einzelne measures und diese werde ich nun in das entsprechende visual den correlation platt einfach einfügen ich wähle zum beispiel die betriebskosten aus gasöl naturgas und elektrischer und dieses visual berechnet auf basis dieser eingabe werte bereits die entsprechenden korrelationen ich werde das noch etwas aufhübschen indem ich nun die darstellungen der labels sowie auch den korrelationen 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 1 einblende wie man man nun sehen kann in dieser darstellung habe ich nun diesen korrelationen korrelationen zorginere 2 zenten entsprechend dargestellt hier minus 0,2 zu den betriebskosten oder auch hier dass naturgas im vergleich zum gasöl korreliert 0,6 ihr seht könnt ihr beliebig nun datenpunkte miteinander in korrelation überprüfen und darstellen und habt somit relativ schnell ein gutes oder interessantes ergebnis für eine datenanalyse falls er fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich versuche euch zu antworten tschüss und bis bald